Seid gegrüßt Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Unity. Hier ist euer Don. Willkommen liebe Gaming-Freunde. Wir gehen hier in eine weitere Pariser Geschichte zu. Momentan sind die Carmelite. Seht nur dort! Die Nationalgarde eskortiert eine Gruppe Nonnen, doch die Menge wird sie gleich angreifen. Das überleben sie nicht! Das ist eine schlechte Nationalgarde. Schwing deinen Arsch darüber, sofort! Die Nationalgarde! Sieht nur hier, Röger! Sieht nur hier, Röger. Röger! Sieht nur hier, Röger. Röger! 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 1%. Sieht nur hier, Röger. Sieht nur, Röger. Röger durch. Sieht nur hier! cember zu agraden%. verdammt verliere ihn nicht ach wer geht schon wieder auf mich Oh, ich brauche noch etwas... Rauch und Medizin. Oh, ich brauche noch etwas... Anhalten! Ja, du! Ach! Ah! Nur die Rüste! Nur die Rüste! Nur die Rüste! Nur die Rüste! Ja, du! Du! Ja, du! 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 Ich bin nicht so groß, ich bin so groß. Oh, mach ich. Ich bin so groß. Ich bin so groß. Mach schon, komm raus, damit ich dich sehen kann. Da bist du ja. Ich bin so groß. Ich bin so groß. Jetzt sieken die Schweinepeuse. Dafür werdet ihr alle ähnliche Schweden! Nuhre Ahb ... Obнов Mr. Spöne Tam ... either das der Schreck. Bleibst du in? Bekommen hier. ... von Re veo. Hier sind Sie лучше. Bekommen für hier. define mir? Geh mir verflucht! Deine Warnung in mir! Ich leg dich um! Komm her! Ich zermahe deine Höhle, als du staubst dich! Halt! Ich rede mit dir, du Knecht! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Und, wo ist denn? Okay, danke, Jungs. Okay. Okay. Ich schaffe es, die in den Egalität. Oh, das ist unsere Welt. Komm zurück, du stinker. Ich habe hier 20 cm stahl für dich. Ach, das ist schon ein Mischar. Du sieben. Doucement, citoyen. Du vas blesser quelqu'un. Doucement. Doucement, citoyen. Du vas blesser quelqu'un. Ich sage dir, ich will alles Geld, was du hast. Oh, jetzt verstehe ich. Ja, ja. Du willst also ärgern? Nun, den kannst du haben. Ich tette den... Okay, jetzt kommen wir zu den Nomnen. Boah. Ja, 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 ja. C'est des Charments. Gott wird euch für eure Sünden bestrafen. Vous allez payer, même s'ils vont tuer tous vos Gärtes. Ich s'encontre, ich l'abattie. Wir marcherons sur le flieg. Écoutez la voix des pauvres gens. Sortez, bon sang. On las, c'est attendu. Écrasez-les. Faites-en-la-brouille. Écrasez-leur la cervelle. Unes, qui trouble les Humeurs. Das wird euch für eure Sünden bestrafen. Tout ça n'a que trop duré. Ok, so, das war es für die Carmeliter. Wir r Weihe, die Vipere! Vers auch. All right, wir gehen.